Guten Abend, Herr Mayer. Guten Abend, Frau Lenk. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um mal was völlig anderes zu machen. Ja, mal wieder was anderes. Auch etwas, bei dem wir absolut nicht tagesaktuell sind, damit uns das Jahr nicht so schnell wieder passiert. Wir reden heute über Game of Thrones. Und The Wire. Und The Wire. Eigentlich reden wir aber über was anderes, nämlich einen bestimmten Aufsatz, der ein unglaublich interessantes Konzept vorstellt, der uns im Grunde erklärt, warum Game of Thrones eigentlich so beschissen wurde ab Staffel 8 ungefähr. Auf jeden Fall spätestens ab dem Moment kann man im Nachhinein rekonstruieren, wo George R. Martin, der Autor der Romane, nicht mehr beteiligt war, in dem Moment, wo es keine Buchvorlage mehr gab. Warum das eigentlich so beschissen war. Und sie, die Autorin des Aufsatzes, sagt, dass es einen doch viel tiefer darunter liegenden Grund gibt, als die ganze beschissenen Plotholes und so weiter, die es halt überall gibt. Aber es gibt noch etwas viel Grundlegenderes. Und viel grundlegendere Dinge, ach, haben es uns nun mal angetan. Und da geht es nämlich um Soziologie. Ja, und Storytelling. Wir nehmen das heute also zum Anlass, mal ein wenig darüber zu sprechen, was ein soziologischer Blick auf die Welt ist. Das impliziert es, glaube ich, auch zu lernen. Ja, stimmt. Ja, so kann man das auch sehen. Was kennzeichnet einen soziologischen Blick auf die Welt? Und was ist das Kontrastprogramm dazu? Nicht weiter überraschend hat das eine Menge mit Institutionen zu tun. Wer hätte das gedacht? Und mit Normen. Sozialen Strukturen und Werten. Also anderen Leuten und was zwischen ihnen passiert. Ja, richtig. Also den Gegensatz, den die Autorin macht, finde ich tatsächlich auch sehr gut. Sie vergleicht das mit Hollywood-Erzählungen und wie die funktionieren. Und dass Serien wie The Wire und Game of Thrones einen anderen Erzählstil haben, was viele jetzt im ersten Moment nicht überrascht. Aber den Finger könnte niemand so richtig draufhalten. Und das ist, was wir heute versuchen wollen. Worin besteht dieses Andere? Alle kennen grob das Muster von Hollywood-Erzählungen und wie die funktionieren. Und während ich diesen Aufsatz gelesen habe und mir dachte, was passt denn gut in diesem Moment als Kontrastfolie für die psychologische Erzählung Hollywoods? Ich musste an Rambo denken. Ja, dieser typische Einzelkämpfer, der sein Ding macht, der sich seine Ziele setzt. Ein paar Leute braucht er, um seinen Job zu erledigen, aber er geht seinen Weg. Er zieht das Ding durch. Ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Ja, es gibt natürlich noch seinen Vorgesetzten von damals, der ihm ab und zu ins Gewissen redet und sagt, aber John, das kannst du doch so nicht machen. Solche Szenen gibt es natürlich auch. Aber John Rambo sagt, watch me. Und das ist im soziologischen Storytelling fundamental anders. Richtig. Aber genau so, wir können, wir brauchen nicht solche Beispiele wie Rambo zu nehmen. Wir sind im Vorgespräch ein bisschen kurz darauf gekommen, dass uns, ach, im Grunde wahrscheinlich hunderte Beispiele anfangen, wenn wir uns die Zeit dazu nehmen. Wir sind auf Knight Rider gekommen. Michael Knight, okay, der hat sein Auto dabei, aber trotzdem, er löst dann das Problem. Er ist halt der Gute. Und dann gibt es auch immer als Entgegensetzung natürlich die Bösen. Und es geht vor allem um den Slogan. Ein Mann und ein Auto oder ein Mann und sein Auto können etwas verändern. Ja, auch er ist ja nicht wirklich alleine. Er hat die Foundation für Recht und Verfassung und sein ganzes Team. Aber trotzdem, es geht um ihn und sein Auto und wie sie die Welt gerade rücken. Wir haben einen Helden, er verkörpert das Gute und wir identifizieren uns ganz brav mit ihm. Ja. Und er tut dann das Gute und das Richtige und die anderen sind halt die Bösen. Und am Ende hat jemand die Welt gerettet. Fantastisch. Nicht wahr? Tausendmal gesehen. Nicht wahr? Und Game of Thrones funktioniert anders. Vielleicht bringe ich mal ein Beispiel aus der Serie. Die meisten haben sie wahrscheinlich gesehen. Die anderen werden wissen, dass Game of Thrones für eine Sache vor allem erst mal berühmt wurde. Für Nacktheit, ja klar. Das ist aber nebensächlich. Nämlich dafür, die Hauptcharaktere regelmäßig umzubringen. Ja. Dafür ist sie berühmt. Sie waren die Ersten, die das so krass durchgezogen haben. Und ich finde es immer gut, wenn Serien sich so etwas trauen, weil es so selten vorkommt auch. Richtig. Und die Frage ist, warum kommt es selten vor? Aber töte mal Rambo mitten im Film. Was ist dann? Dann ist der Film vorbei. Richtig. Game of Thrones wurde interessanterweise auch in dem Moment, wo es schlechter wurde, hörten auf, die Hauptcharaktere zu sterben. Interessant. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass man nämlich auf einmal auf Individuen und ihre Psychologie setzte und nicht auf etwas anderes, auf das wir am besten jetzt langsam mal zur Sprache kommen sollten. Die Institution. Ach, die Institution. Was ist eine Institution? Darüber gibt es unglaublich lange Aufsätze in vielen soziologischen Nachschlagewerken. Ist das so einer der Grundbegriffe der Soziologie? Richtig. Er wird auch nicht einheitlich verwendet. Es gibt auch Begriffe von Institutionen, die so weit gehen, das wären dann so die weitesten aus dem Konstruktivismus, Berger-Luckmann und so weiter, die sagen, jede Form von im Grunde feststehender Handlung, wie wir etwas tun, zum Beispiel die Art, wie wir uns guten Tag sagen, das ist eine Institution. Dann sind es aber natürlich auch im klassischen Sinne das, was fast überlappend ist mit dem Organisationsbegriff. Der hat aber noch eine andere Implikation, aber das lassen wir ja erstmal außen vor. Das heißt sowas wie Staat, sowas wie Kirche. Genau, der Einfachheit halber und auch für unser Szenario hätte ich jetzt gesagt, wir können uns Institutionen für dieses Szenario, sowas wie die Häuser bei Game of Thrones vorstellen oder bei The Wire zum Beispiel, das Police Department, die Schulen, aber selbst auch die Drogendealer, die in diesem Sinne auch eine Institution sein können. Also es sind bei Game of Thrones sogar noch mehr. Ich würde sagen, es sind die Häuser, da kommt wieder raus, ich habe Game of Thrones sehr, sehr intensiv geschaut, Herr Bayer nicht, er kennt dafür The Wire sehr gut, ich wiederum gar nicht. Da tauschen wir uns heute so ein bisschen drüber auf, von daher die Game of Thones Facts kommen aus meiner Richtung. Die letzte Staffel habe ich mir nicht mehr angeguckt, ich habe es einfach nicht ertragen, ich weiß aber alles, was darin vorgekommen ist. Es gibt ein großartiges Subreddit namens Free Fork, das ist das coole Game of Thrones Subreddit. Es gibt das Offizielle, das ist mega lahm und da kommen die ganzen wunderbaren Memes und der schräge Humor und all solche Sachen drin vor. Das sind halt die Leute, die hinter der Mauer leben, das unzivilisierte Pakt, das ist Free Fork in Game of Thrones. Ja. Daher der Name. Und genau so geht es da auch los. Und die haben, nachdem dann die Staffel lief, es sich zur Aufgabe gemacht, den beiden die Karriere zu verderben. Den beiden Machern, D&D heißen sie, David Benioff und David Weiss. Die beiden Autoren, die jetzt keine Jobs mehr haben. Genau. Die, die es versaut haben. Die hatten vorher Verträge mit Disney und so weiter, das ist alles mittlerweile gecancelt und die haben wirklich einen unglaublich großen Karriereknick dadurch. Und ich glaube, das kam unter anderem durch sehr, sehr viel Aktivität aus diesem Subreddit, die sich permanent, also die, die eine Zelle im Internet waren, von der es permanent in die anderen Breiten des Internets ausging. Und die nicht locker gelassen haben und auch immer versucht haben, natürlich, indem sie in bestimmte Google-Ergebnisse reinkommen und genau solche Internetmechanismen und Algorithmen zu beeinflussen, das heißt wirklich Internetaktivismus betrieben haben, um diese beiden Jungs möglichst schlecht dastehen zu lassen. Und da sehr weit gekommen sind. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich schließe mich dem an, das ist absolut verdientermaßen. Also mein Gott, den beiden Autoren geht es da jetzt auch nicht schlecht. Nein. Die, die haben Geld bis an ihr Lebensende. Also bitte. So, wenn wir jetzt sagen, im soziologischen Storytelling hat die Institution eine große Rolle, dann verschwinden natürlich die einzelnen Charaktere dahinter nicht. Aber ein wichtiger Unterschied ist, ist eben der Rahmen, in dem sie handeln. Und dazu gehören die institutionellen vermittelten und gesetzten Anreize, also sowas wie Ziele, Mittel, die man damit, mit denen man diese Ziele erreicht, Normen und Werte gehören mit dazu. Und davon sind sie eben nicht frei. Um noch einmal den Kontrast zu machen, Rambo scheißt auf all diesen Kram. Bei Game of Thrones sind es noch, wollte ich noch vorhin, bevor ich diesen kurzen Ausfall hatte, ergänzen, gibt es natürlich auch gewisse politische Institutionen. Es gibt bestimmte Leute, die mit dem König, für den König, wie auch immer das Land regieren. Und dann natürlich die Häuser, die jeweils eigene Interessen haben, verschiedene Verbindungen untereinander. Das ist also im Grunde am Feudalsystem orientiert, könnte man sagen. Aber auch das, Institutionen, wo trifft man sich, wie verkehrt man miteinander, auch all das, Institutionen. Und Institutionen geben einem was? Sie geben einem Handlungsspielräume. Da sind wir eigentlich auch wieder, ach am liebsten habe ich es dann mit Foucault, muss ich ehrlich sagen. Ja. Der ja von den verschiedenen Machtverhältnissen, es bildet sich so eine Art Netzwerk aus Machtverhältnissen. Ja. Und genau das haben wir auch bei Game of Thrones. Und darin, das ist ja genau das Spiel der Drohne. Ja. Dass alle Interessen verfolgen und sich daraus Handlungsspielräume ergeben, die man nutzen kann oder auch nicht nutzen kann. Auf die man aber auch, oder für die man sich entscheiden kann oder gegen die man sich entscheidet oder sie auf eine bestimmte Art zu benutzen. Die ganze Zeit geht es um solche Entscheidungen, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Da wäre das beste Beispiel Daenerys Targaryen, die gerne Frieden in die Welt und Freiheit bringen möchte, aber die einzigen Mittel, die sie zur Verfügung hat, sind Armee und Drachen. Feuer und Blut. Klingt nach auf jeden Fall einem ziemlich gewalttätigen Frieden und ziemlich gewalttätiger Freiheit, die sie damit bringen kann. Richtig. Was macht man da? Wie kriegt man das jetzt hin? Ja. So, und dann gibt es noch sämtliche andere, die ihre Ziele verfolgen und was dann am Ende dabei rauskommt, ist wie immer etwas, was niemand gewollt hat. Bei Foucault ist es ja ähnlich. Es gibt die verschiedenen Interessen und so weiter. Es gibt die sich geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse und dann verschiedene Akteuren in genau diesen Verhältnissen. Und am Ende haben wir das Gefängnis und keiner hat es gewollt. Ja. In The Wire, finde ich, ist die Polizei einfach ein sehr schönes Beispiel für diese Art von Storytelling. Erstmal sind das sowieso die, die wir wirklich über alle Staffeln immer beobachten. Das sind die präsentesten Akteure. Aber sie haben auch einfach, da sieht man diese Dynamik noch mit am stärksten. Und ich finde, einer dieser Punkte, in dem das aufkommt, ist der Ausdruck von The Numbers Game. The Numbers Game ist letztlich, dass die Polizei gemäß Kriminalstatistik arbeitet und bewertet wird. Und es gibt schon in den ersten paar Folgen, ja, wenn das Team sich zum ersten Mal zusammenfindet, kriegt der Teamleader die Anweisung, er will, dass sie schnell rein, schnell wieder raus und dass sie some dope on the table packen. Ja, das ist ungefähr seine Arbeitsanweisung. Was auch so viel heißt wie, buddel nicht zu tief, lass dir nicht genug Zeit, ich brauche was, das ich im Fernsehen zeigen kann. So, das sind seine Arbeitsanweisungen. Okay. Aber die Ermittlungspraxis ist eine ganz andere. Ja, die sind ja erstmal draußen. Die müssen ja an die Dealer ran, sie müssen an die Depots ran. Und das fliegt einem ja nicht einfach so zu. Dafür braucht man Ermittlungsarbeit. Aber die funktioniert nicht nach dem Motto, schnell rein, schnell raus, wenn man zum Beispiel keine Informanten hat. Wenn man niemanden kennt, wenn man auf keine etablierten Strukturen zurückgreifen kann, dann verdecken die Dealer das natürlich auch noch. Ja, die haben ihre Cover-Up-Strategien. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die arbeiten ja nicht erst seit gestern gegen die Polizei. Und so ist das dann, dass die Ermittler am Ende doch irgendwie versuchen, einen ordentlichen Fall zu machen und deswegen auch ständig Ärger mit dem Deputy-Obs kriegen. Also demjenigen in der Polizeibehörde, der am obersten für strategisches Vorgehen zuständig ist. Ja, der macht sozusagen die Polizeistrategie und alles. Und da knirscht das institutionell halt immer wieder. Denn die Angaben von oben lassen sich unten so einfach nicht erfüllen. Sie können die Ergebnisse mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht liefern. Und die, mit denen sie es können, die sind institutionell nicht erwünscht, sondern sie werden sogar gegen starke institutionelle Widerstände über Umwege erst eingelöst, also geholt. Und das ist doch auch wieder ein wunderschönes Beispiel, wo jeder für sich was für den Alltag mitnehmen kann. Weil genau so eine Situation kennen doch die meisten aus ihrem Arbeitsalltag. Das sind dann immer die Sesselpupser im Büro, die von der Praxis keine Ahnung haben. Ja, ich glaube, so läuft da dann die Geschichte. Also das sind dann im Grunde Arschlöcher, die keinen Plan haben. Aber vielleicht hat das auch was mit institutionellen Rahmen, auf die man sauer sein sollte, zu tun. Und nicht Individuen. Und das ist immer der Moment, wo das Ganze ins Politische kippt. Für mich nämlich eine andere Wahrnehmung. Die Autorin des Artikels bringt ja noch irgendwann noch Brecht. Das heißt, sie will auch genau in so eine Richtung. Warum das im Grunde auch eine politische Frage ist und unsere Sichtweise auf die Welt verändert. Wenn wir nicht mehr die individuellen Helden sehen, sondern die institutionellen Rahmenbedingungen. Sie hat dann das wunderschöne, das ist ja ein Hitlerbeispiel. Ja, das Hitlerbeispiel finde ich auch durchaus gut. Ich mag das Hitlerbeispiel, weil es das Ganze so auf den Punkt bringt. Es ist sehr soziologisch. Ja, sie sagt nämlich, es wird gerne mal die Dilemma-Frage gestellt, wenn du eine Zeitreise machen könntest, würdest du Baby Hitler töten? Und sie sagt, die Antwort muss lauten Nein. Was überraschend ist. Im ersten Moment schon. Wir sind es gewohnt zu sagen, ja natürlich, Unglück verhindern und so. Ja, ja, dann wird der Holocaust nicht stattfinden. Ja, genau. Und sie sagt, nee. Der Faschismus ist ja nicht wegen Hitler zustande gekommen, sondern aufgrund einer bestimmten gesellschaftlichen Lage. Sie argumentiert, wäre es nicht Hitler gewesen, dann wäre es halt irgendein anderer gewesen. Ja, die Zeit war reif für einen Hitler. Richtig, es macht keinen fucking Unterschied. So, und das ist nämlich auch Hitler als der Antiheld, als das absolut Böse ist wieder genau dasselbe. Ja, passt eher in die Hollywood-Art von Erzählung, die die institutionellen Umstände von Hitler, oder sagen wir lieber die sozialen und geschichtlichen Umstände von Hitler außen vor lässt. Er war halt nicht der, der großartige, geniehafte Rattenfänger, der ein ganzes Volk in eine Art Trance-Zustand versetzt hat, sodass zwischen 1933 und 1945 keiner eine Ahnung hatte, was wir da eigentlich gemacht haben. Ja. So lief die Nummer halt nicht. Mhm. Und auch das, das ist wichtig. Ja, wenn du das jetzt gerade so erzählst, ist es aber natürlich eine Erzählung, die auch kollektiv durchaus angenehm entlastend sein kann. Richtig. Man hat alles an Hitler gelegen und seinen Gefolgsleuten. Ja. Aber im Großen und Ganzen... Man hat das ja alles gar nicht gewusst und auch nicht gewollt, wenn man es denn gewusst hätte. Und das können wir halt viel leichter sagen, wenn es die psychologische Hollywood-Erzähler mit Hitler als Oberbösewicht, Ja, als James-Bond-Antagonist sozusagen. Aber dass wir vielleicht auch aufgrund von sozialen Problemen nicht zum einen nach den Helden rufen sollten, zum anderen diese Persophinizierung zu machen, dass das auch wieder ein Fehler ist. Sie sagt in allem, das ist dann der Schlussabschnitt, dass in dem heutigen digitalen Zeitalter und die Herausforderungen, die wir da haben, wir einfach mehr soziologisch denken müssen. Ja. Weil es ist nicht Jeff Bezos oder Zuckerberg das Problem. Mhm. Das Problem sind die Institutionen dahinter und die müssen wir uns anschauen. Ja. Die, die sich da bilden. Und da müssen wir den Blick drauf nehmen. Und da haben wir es auch schon wieder, dass man von Game of Thrones auf ein wunderbares, und The Wire, auf ein wunderbares politisches Problem und eine bestimmte andere Art, etwas wahrzunehmen und zu denken kommen können. Ich möchte daran auch einmal anschließen. Und zwar, sie schreibt auch an einer Stelle, es wäre völlig unvernünftig zu erwarten, dass wenn wir jetzt in einer soziologisch erzählten Geschichte einen der Charaktere rausnehmen und durch einen anderen ersetzen, eine völlig andere Geschichte erhalten. Ja. Ja, sie, sie bringt ein Beispiel. Wir können uns zwar fragen, wer der beste CEO ist oder der beste COO, aber das ist einfach nur, wer diese Aufgabe durchführen wird. Das Ganze wird sich nicht fundamental ändern, außer wir ändern die Struktur, in der das Ganze stattfindet, die Anreize, die damit einhergehen und genau genommen auch noch die Umstände, unter denen diese Institution handelt. Ja, also bei The Wire wäre das zum Beispiel, die Polizei ist ja auch durchaus politisch dazu angehalten, in einer Folge sogar explizit irgendwann niedrigere Kriminalitätszahlen zu liefern, damit die Politiker einen Erfolg vorzeigen können. Obwohl sie gerade intern versuchen wollten, weniger auf die Zahlen zu schielen, weil sich für eine kurze Zeit ein Fenster ergeben hat, wo sie dachten, hmm, vielleicht führt das gar nicht zu dem Ziel, das wir erreichen wollen. Vielleicht brauchen wir andere Anreize, um wirklich gutes Policing am Ende zu haben, gute Polizeiarbeit. Aber, tja, dann stehen Wahlen an und es wird politisch vorgegeben, wir brauchen wieder eine Senkung der Kriminalitätsrate, also holt wieder die alten Lehrbücher raus. Ja, und selbst als Politiker, wenn du wiederum weiterregieren möchtest, um eigentlich gute Sachen zu machen, musst du halt wiederum genau so handeln, weil die Institution halt so aufgebaut ist. Genau, der Politiker hat ja auch nicht gedacht, haha, da habe ich jetzt aber fein reingelegt. Erst habe ich ihnen vorgegaukelt, ich würde nicht auf Zahlen schielen. Ja, aber... Und es ist halt auch eine Sichtweise, ähm, die Individualistische passt halt auch sehr gut in den Kapitalismus, weil es genau diese, du bist deines eigenen Glückes Schmied, das ist ja auch genau die Heldengeschichte, die Rambo-Geschichte und so weiter. Das sind wir aber, würde ich aus einer eher kritischen Perspektive sagen, nicht so ganz, sondern wir sind halt auch zu einem guten Teil immer Produkt unserer Umstände, unserer sozialen Umstände, so. Und natürlich handeln immer in den uns gegebenen Möglichkeitsspielräumen. Das schien mir gerade ein guter Punkt zu sein, um nochmal zu betonen, was am Anfang war, ja, nur weil wir eine soziologische Perspektive einnehmen, und das hast du ja gerade eben gemacht, verlieren die Akteure ja nicht ihren Handlungsspielraum. Sie sind ja nicht plötzlich ein Opfer der Umstände. Richtig. Das Einzige, was passiert ist, sie sagt, das ist immer so, sie gibt uns so eine Art Faustregel an die Hand, wie wir erkennen können, dass es sich um etwas Soziologisches handeln könnte. Nämlich, wenn wir sämtliche Handlungen der, wenn wir sämtliche Charaktere und ihre Handlungen nachvollziehen können. Und so etwas, so eine Frage auf, oder so eine Aussage stattfinden könnte, wie, ich kann verstehen, warum der so handelt, in seiner Situation würde ich es genauso tun. Ja. Und wenn man das aber für alle machen kann, dann haben wir es mit einer soziologischen Erzählweise zu tun. Geht bei Rambo nicht, geht beim A-Team nicht, was ein Heldenteam ist, was aber keinen Unterschied macht, wie wir auch im Vorgespräch hatten. Nein, für die Struktur, über die wir reden, macht das tatsächlich keinen Unterschied, dass es sich dabei um fünf Leute oder sowas handelt. Richtig. Das ist mir auch tatsächlich damals bei The Wire aufgefallen. Ich hatte in zumindest vier von fünf Staffeln immer den Eindruck, einigermaßen gut zu wissen, wer, warum, wie handelt. Also die Serie gibt sich natürlich auch Mühe, die Motivation der Charaktere transparent zu machen. Das gehört durchaus schon dazu. Aber auch da würde ich sagen, es gibt eigentlich nicht wirklich die Hauptcharaktere, sondern es gibt Leute, auf denen ein Fokus liegt und über die mehr erzählt wird als über andere. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen von denen rausnehme oder manchmal sogar drei von denen rausnehme, dass dann die Story vorbei ist oder nicht funktioniert. Funktioniert ja bei Game of Thrones genauso. Die Bücher sind so verfasst, dass du immer Kapitel hast, die aus dem Point of View einer bestimmten Person geschrieben hast. Die Story wird dann aus deren Sichtweise erzählt, auch andere Sachen passieren und so weiter. Du hast aber nur deren Blick. Und natürlich kann die Person, die stirbt dann halt auf einmal und dann hast du das von wem anders. Auch die Bücher wechseln, auch wenn die Personen teilweise noch leben, wechseln dann die Point of View Personen. In dem einen Roman sind es diese fünf Leute, in dem nächsten Roman sind es diese fünf so ungefähr. Und man weiß dann auch teilweise gar nicht, wie es mit der Story der anderen weitergegangen ist oder hört das nur mal am Rande durch den einen, bei dem man jetzt ist. Aber du hast immer noch das Hauptelement, dass die Spannung des Ganzen halt zwischen den Institutionen liegt und nicht so sehr auf den Individuen. Und das ist, wie Gesellschaft funktioniert. Und das ist, wo Soziologie, wenn sie gute Soziologie jedenfalls ist, wo sie dann hingucken sollte. Was sie gemeinhin auch tut. Also das ist noch nicht mal so ein kritischer Anspruch, dass das tut eigentlich vernünftige Soziologie. Ja, das stimmt. Also das macht Soziologie alleine jetzt noch nicht kritisch. Da ist was dran. Unter Soziologen sind doch sehr viele eher links-liberal wählende Menschen als CDU-Wählende. Das durfte ich auf dem Soziologentag ganz eindeutig mal feststellen. Natürlich nur über Versinnbildlichungsfunktionen von Habitus geurteilt. Ja, du hast sie nicht alle befragt. Richtig. Ich habe nicht mal eine nicht-repräsentative Studie gemacht. Aber doch, das geht schon eher in die Richtung. Und ich glaube, dass sich das allgemein durchsetzt, wenn man halt genau diesen institutionellen Blick hat. Das macht was mit einem. Dass man menschliche Handlungsweisen halt auf eine bestimmte Art und Weise beurteilt. Uh, da würde ich gerne noch einen letzten Punkt genau daran anschließen. Sie schreibt ja auch darüber, dass wir so eine Art Hang haben bei uns selber. Sehen wir die institutionellen Umstände? Ja. Ich konnte in dem Moment nicht korrekt handeln, weil ja dieses und jenes war, ich weiß, eigentlich war das nicht cool, aber es war das und es war das. Dieses sich selbst, das eigene Rationalisieren und Entschuldigen tun wir durchaus. Ja. In genau dieser Art und Weise, nur bei unserem Gegenüber, tun wir es meistens nicht. Der ist dann ein Arschloch. Für uns selber bevorzugen wir also eine soziologische Erzählweise und für andere bevorzugen wir eine psychologische Erzählweise. Richtig. Sie nennt sogar in dem Aufsatz den Namen. Es ist aus der Sozialpsychologie gibt es das Konzept des Fundamental Attribution Error. Also eine Art von Zuschreibungsfehler in diesem Moment. Genau. Und das ist doch etwas, was wir mindestens alle für uns mitnehmen können. Aber auch sonst, wir sollten auch bei Politik und so weiter, es macht viel mehr Sinn auf die Strukturen, das was die einzelnen Parteien miteinander wollen und wieder so die Machtverhältnisse sind und so weiter. So sehen auch vernünftige politische Analysen aus. Interessanterweise arbeiten so auch gerne Historiker. Und das wiederum macht dann sehr, sehr viel Sinn, dass man weiß, warum George R. R. Martin so schreibt. Weil wenn man diese Bücher liest, man weiß einfach, der Mann ist totaler Geschichtsfan. Es ist alles quasi aus verschiedenen Epochen zusammengeklaut. Man muss es und daraus halt etwas Neues und Eigenes gemacht. Aber die Dothraki sind natürlich die wilden, reitenden Horden aus dem Osten. Genauso ist das ein Feudalsystem, was sehr an mittelalterlichen Sachen orientiert sind. Die Mauer ist der Hadrianswall. Das ist einfach sehr, sehr eindeutig historische Anspielung. Aber da merkt man auch, der hat historische Analysen gelesen und die denken nämlich genau so. Es gab diese und jene Kräfteverhältnisse, die miteinander in Konkurrenz standen. Es gab immer nur gewisse Handlungsspielräume. Norbert Elias nennt das das Königsprinzip. Das Königsprinzip? Norbert Elias war doch sehr, sehr gut darin, Feudalgesellschaft zu analysieren. Die höfische Gesellschaft, wo er den Absolutismus analysiert und sagt, der absolutistische Herrscher hatte nicht völlige Möglichkeitsspielräume. Der konnte nicht machen, was er wollte. Der musste gucken, wie die Kräfteverhältnisse aller anderen untereinander sind, sodass ihm ja keiner irgendwie gefährlich werden kann. Das heißt, selbst der absolutistische König steckt in strengen institutionellen Zwängen. Schön. Er ist zwar absolut gegenüber dem Recht, aber er ist nicht absolut gegen seinen Hof. Richtig. Das ist, glaube ich, etwas, ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen und wir sind drauf gekommen, dass das der Punkt ist, den auch Donald Trump nicht versteht. Ja, das ist... Ich möchte wiederum auch nicht den Job haben, diesem Mann irgendetwas erklären zu müssen. Nein, jemand, der sich schon fast erklärtermaßen als so erklärungsresistent gibt, dem möchte ich auch nichts erklären. Jeder Politiker sollte das verstehen. Vielleicht empfiehlt Ihnen jemand mal, Norbert Elias zu lesen. Vielleicht sollte man mir ein Exemplar der höfischen Gesellschaft, ein obskures, soziologisches Werk aus den 70er Jahren aus Deutschland. Ja. Das wird funktionieren. So, lieber Donald, deine Position ist zwar der eines absolutistischen Herrschers nachempfunden, aber deswegen kannst du noch lange nicht tun, was du willst. So ging es dem Ludwig damals. Wunderschön. Herr Mayer, ich denke, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir haben unsere Zeit, glaube ich, so langsam erreicht. Ja, Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.